Moins Leute und Willkommen zurück zu Pikmin 3 Deluxe. Wir fahren fort mit dem Missionsmodus. Sammle Schätze, Mission Nummer 6. Wir haben jetzt das letzte Mal noch 5 neue freigeschaltet. 6 bis 10 nämlich. Die erste davon machen wir jetzt direkt. Wir haben jetzt hier 3 Pikmin-Arten zur Verfügung und diese weiße Blume anscheinend wieder. Und Rüssel, diese Rüsselviecher auf jeden Fall. Ich glaub ich sag die ich nachher immer Rüsselkäfer, aber die heißen glaube ich anders, ne? So erstmal gucken, wir fangen auf jeden Fall nur mit Brittany diesmal? Achso die sind hier verteilt, okay die 3. Alles klar. Und da um mich doch schon mal ein paar rote Pikmin direkt mal holen. Ich kann hier die gelben mal flücken. Ich hab nur die beiden, ne? Diesmal. Die flücken jetzt erstmal alle Pikmin hier, Alter, ganz ehrlich. Ich glaub ich muss hier nachher darüber schon mal, das kann das sein? Ich glaub schon. Oh. Wartet mal, ne ihr bleibt mal alle hier. Alle hier. Ich will mal nur mit Brittany alleine rüber. Ein Elf kann hier nämlich schon ein bisschen was machen. Der hat da hier... Komm mal mit, Jungs und Mädels. Erstmal alle Gegner hier, die muss ich sagen. Nach Möglichkeit. Attacke. Macht's fertig. Ey. Die Viecher sind auch scheiße dämlich irgendwie, ne? Muss man einfach mal so sagen. Was ist eigentlich das Ding zum Abtransportieren? Das ist bei Brittany. Das heißt, Elf muss sich erstmal da durchkämpfen irgendwie. Achso, ich muss die dann gleich rüber schmeißen. Ich muss die nur fällig stellen hier. Damit die sich treffen können. Ist ja auch gut. Aber es hat viel hier im Weg, ey. Also warte, kann man hier... Ich will jetzt nicht alle da reinstecken. Ist auch blöd. Bin auch kacke, weil dann gehen die alle kaputt. Können die eigentlich auch irgendwie so kämpfen. Und ihre Pikmin. Weil es gibt ne Medaille, hab ich mal nachgeguckt, dass man die ohne Pikmin besiegen soll, manche Gegner. Ich weiß doch nicht, wie das geht. Ich wollte irgendwas verpassen bei meinem Tutorial oder so. Schätze ich mal. Ich hab die Scherben schon gesehen. Die Bomben... Habe ich mir hierfür auch. Warte mal. So, natürlich muss der jetzt loslaufen. Keine Pisser. So. Oh, der Große ist aufgewacht. Scheiße. Weg hier, weg hier. Äh. Doch, der hing da fest. Mann. Kacke. So, der ist erledigt. Ja, gut. Natürlich kannst du doch nicht mal bitte wieder da... ...auf den Hals setzen. Alle her. Alle her, komm hier. Wofür brauche ich jetzt die weißen Dinger hier? Ich weiß es nicht. Nicht ehrlich, ich bin. Wartet mal kurz. Ihr macht jetzt erstmal die Brücke fertig. Da könnte ich scheiße abtransportieren. Das ist wieder einer fest. Ne. Der Rest kann ich schon direkt loslegen. Guck mal. Seht da. 1, 2, 3. 1. Äh. Okay, die Frucht wird irgendwie mitgezogen. Obwohl die gerade keiner trägt. Auch gut. Fällt mir auch gut. Okay, die noch Pikmin. Oh. Habe ich gesehen. Die Gelben wieder mal hier. Das ist auch immer scheiße blöd, dass ich die nie sehe. Da fehlen noch Scherben. What? Ach, da hinten sind auch noch Scherben. Aber von Scheiße. Ja, weißt du was? Dann machen wir das mal anders kurz. Nämlich so. Elf kann hier weitermachen. Solange mit den anderen Pikmin. Wenn weißes Pikmin stimmt, ist mir egal. Die sind eh dafür da, dass die... Die sollen sich ja eh opfern quasi. So, fertig. Kann ich da transportieren. Der ist K.O. Ne. Den Dicken da bitte. Zack. Und... Ja. Boom. Weg ist er. Die müssen wir hier mal aufmachen. Das ist direkt der nächste große Käfer. Sehr gut. Das ist schon mal fett anfangen, genau. Das ab weg. Da brauche ich 10 Stück, ey. Sehr gut. Zack. Ja. Ja. Ich glaube, ich könnte ihn bitte explodieren lassen. Da war nicht schwer. So. Schauen wir damit mal an. Das machen wir noch hier. Und da machen wir auch noch mit weiter. Der muss gleich mitkommen. So. Noch einen. Die kommen wieder, ne? Meine ich. Wenn die nicht fertig sind. Bin ich zumindest der Meinung. Die kommen auf jeden Fall wieder. Das weiß ich. Soll die jetzt doch Pikmin nix machen. Da drüben, oder? Ein paar weiße. Komm, Jungs. Ich brauche euch nämlich mal. Hierfür. Abtransportieren, bitte. Da ackern noch welche auf jeden Fall. Das weiß ich. Ja, geh direkt mal wieder mit. Am besten. Ich hätte direkt die Gelben rüberschweißen können. Okay. Hätte ich vielleicht mal machen sollen. Direkt dann direkt zu Beginn. Sehr schön. Die Weißen machen jetzt hier den ganzen Rest. Einfach die ganzen anderen Aufräumarbeiten. Wenn ich vorschlagen. Einweil dich mal. Sah oben noch an. Dann liegen auch noch Früchte. Die nimmst du jetzt mal mit. Einer davon. Wie die runterrutschen auch, geil. Der Kiefer ist auch noch da. Aber zack. Ist hier schon was fertig? Ja. Hier liegen und stehen ein paar rum. Die da oben auch. Die da oben auch bitte mitkommen. Kann euch nämlich nur an anderer Stelle gebrauchen. Hier zum Beispiel. So, zack. Hier noch 10, oder? Sollte ich schon sagen. Hier ist der Dicke schon weg, ne? Das lege ich noch nicht. Die Hälfte da nochmal mit. Das könnte zeitlich eng werden. Geh ich zu. Wir müssen auch noch richtig viel abbauen hier, ne? Hier noch mehr. Ich fang mal Wonders an. Ich muss gleich die Weißen nochmal holen. Ah warte. Das passt perfekt gerade. Perfekt. Elf geht mal hier wieder Pickmen holen. Eben gucken was hier so los ist. Ja da sind noch ein paar. Okay. Aber ich glaube die sind fertig dann, ne? Die Gelben, oder? Keiner aber ist los. Okay. Keiner faulenzen. Du die Band hier nochmal mit nach da oben. Könnte noch was werden. Ah hier wird's eng. Hier wird's aber richtig eng glaube ich. Aber er läuft da mal hoch. Hier sind hier ein paar Arbeitslose gleich glaube ich. Guck mal direkt mit. Ist er auf jeden Fall arbeitslos? Genau. Mitkommen. Ich bin zuversichtlich, dass die das noch schaffen. Die kleinen Wacker hier. Ach die machen nix da hinten. Alle Wander. Ah die werden nicht mehr alles wegkriegen hier, oder? Ne. Schade. Wenn die da noch ins Ziel bringen, hier sag ich ganz ehrlich. Glaub ich nämlich auch nicht mehr dran. Die nicht mehr hier. Die roten die gerade hier los sind. Okay. Es sah nicht schlecht aus, muss ich aber sagen. Allgemein. Hätte besser, effizienter sein können logischerweise. Platin-Medaille war weder nicht drin. Aber hey. Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Gold. Ist doch auch in Ordnung. Gold kriegt der erste bei der Olympiade. Da gibt's keine Platin-Medaille. Ist einfach, ist Fakt. Leute, ist ein Fakt. Muss man wieder so sehen, ne? Klar. Hier ist Platin natürlich die beste Medaille. Ist natürlich nicht das optimale Ergebnis. Zumal das Zeitlimit ist ja auch noch dazu da, dass man da ein bisschen Bonus rausholen kann. Aber machen wir weiter mit dem Silberteich 2. Jetzt haben wir 5 Pikmin-Arten. Okay. Gut geschmackt, was wir machen müssen. Auf jeden Fall Schätze sammeln. Ohne Ende. Nieder-Pikmin sind sehr stark. Sie tragen langsam aber für 10. Hab ich ja schon festgestellt. So, ich muss irgendwo Gable Pikmin finden. So sind die gern Pikmin hier. Ganz am Ende von dem Scheiß hier erst. Muss wahrscheinlich erstmal die Brücke hier bauen, oder? Kann ich erstmal abtransportieren hier. Muss eh nochmal Pikmin hier schleppen. Die können die Scheiße schon mal ausbuddeln. Soll ich dann einfach mal? Äh, Pikmin bitte. Schade hier hin. Kann ich hier einfach runterlatschen? Und zu den Gelben? Ja, ne? Die wollen aber die Brücke. Wo sind die Gelben denn? Die sind doch da hinten. Ich kann die nicht runter. Scheiße. So, müssen wir mal weitergehen hier. Ist ja auch nicht sonst so alles eingebültet und Felspicken, wobei ich auch noch irgendwo stimmt. Kann ich auch noch finden. Was, wir müssen das hier wahrscheinlich kaputt machen erstmal, ne? Geht hier so ab? Mach mal her. Mach nochmal anders. Erstmal eins ausbuddeln und dann andere. Okay, wir können ja nicht buddeln anscheinend. Äh. Leute, daran. Hört nicht. Das kann ich gleich auf toll wie eben. Wollen wir mich jetzt eigentlich verarschen, die Viecher? Der wird Pikmin haben. Ein kleiner Sack. Die kriegt aber nicht. Schade ich mitkommen. Hier lang. Schade ich felspickmin, genau. Ach, die scheiß Viecher, wille. Nein. Der ist Pikmin draufgegangen. Ich glaub schon, oder? Ach mein Scheiße. Und hier mit dem Felspickmin hingehen sollen. Ich könnte noch nichts wektragen. Ich könnte noch nichts wektragen. Ihr seid doch da gefangen, seht da doch. Er hat jetzt die gelben und die roten. Da ist noch ein Gegner. Da war noch einer irgendwo, ne? Oh, das war knapp. Alter! Wo ist der denn da? Wo ist der denn da? Sind ein paar draufgegangen, ne? Ein paar rote. Kann das sein? Vielleicht auch wieder scheiße. Er geht mal mit dem da hin, genau. Schade macht jetzt hier mal alles kaputt. Ach, guck mal. Das hätte ich nehmen können. Einfach hier. Äh. Nein. Da kommt alle mit einmal. Oh, Mann. Was soll ich das hier machen? Haha. Eröffne mal bitte hier die... Oh, die klopfen mal direkt gegen. Ist da was. Ja, nein. Ich bräuchte doch noch die Filz-Pickman. Scheiße. Furcht da ran. Und wie krieg ich Schali da hoch? Haben wir gar nicht? Da oder was? Hä? Sind die die jetzt alle hier geblieben? Die Pickman. Die wollte ich auch manchmal verarschen, oder? Ja. Sehr schön. Irgendwo wird was weggebuddelt. Ihr guckt mal her jetzt. Jungs und Mädels. So. Habe ich noch ein paar Filz... Äh. Quatsch. Ein paar weiße Pickman. Äh. Was ist die Filz-Pickman? So. Die hole dagegen noch. Ach Quatsch. So. Jetzt muss ich mal die Brücke irgendwie fliegen. Und vervollstündigen. Da waren Teule. Aber ich muss erstmal die hier finden. Okay. Die drei können doch schon mal anfangen. Die machen da weiter. Guck mal. Und direkt die gelben hier oder so hinterher. Wie die geht. Guck mal. Die können auch noch weiter machen. So. Ach. Da kommen nur die gelben ran. Scheiße. So. Ist ja eben am Anfang hier. So. Die Brücke ist fertig. Äh. Warte mal. Neh mal nur die Fels-Pickman mit. Sehe ich ne Kugel hier genau. Oh klein ist Mist. Guck mal her. Und tschüss. So. Fang da an. So. Fertig. Ich komm hier. Gelb vor allem ruhig. Äh. Was ist los? Achso. Die schießen sich da hoch. Okay. Ich wollte schon sagen. Jetzt wird die Pikmin los. So. Sehr schön. Hast du auch ein Gegner? Ach. Da fehlt auch wieder nichts mit. Ist auch wieder kurz ein Schlechtier. Dass ich mal den Umweg gehen muss. Auch ne. Kann da schon mal anfangen. Halt mal. Kann da einfach jetzt mal anfangen. So. Perfekt. Los geht's. Elf bleibt hier. Ah ne. Ist schade schon. Elf bleibt dann hier. So. Wir machen weiter. Alles klar. So. Die da hinten sind fertig. Ich bin am Ziel. Wir müssen halt viel fertig machen. Und. Jawoll. Noch ein. Komm. Sehr schön. Fies K.O. Halt mal. Stopp. Die kann hier nochmal. Anfangen hier. Erste Sachen wegzuschleppen. Nein. Nicht da drauf. So. Da drauf. Bitte. Und los geht's. Ach jetzt. Ich krieg' ich so viel Bomben. So viel unnötigen Scheiße gemacht. Einen. Tue nur noch. Toll. Ach guck mal. Hier guck mal runter. Ganz schnell. Zwei so. Da ein. Da ein. Und da ein. Schaut da mal aus. Ein Team. Die muss mitkommen. Ich weiß nicht ob die Liederpick mir das noch wegkriegen ey. Das Teil. Wie ehrlich bin. Ne. Das war echt nicht meine Glanzleistung hier jetzt. Sag mal. Frei. So. Da muss ich auch noch ausbuddeln. Toll. Hier ist ja richtig scheiße gerade. Ist alles ausbuddeln noch hier. Eigentlich. Die sind. Ach. Die sind. War ja richtig schlecht. Die Mission ey. War ja gar nichts gebacken gekriegt. Hast eh nix. Das ist eh nix. Das ist eh nix. Das ist eh nix jetzt hier noch nix zu schicken. Egal. Das war richtig grottig. Bronze glaube ich ne. War silber noch? Ich weiß es nicht. War noch nicht mal Bronze. Wäre auch geil. Doch die Bronze Medaille. Die ist mir noch vergönnt gewesen. Ok. Leute. Das war echt kacke. Die Mission. Die habe ich echt verschissen. Muss aber auch mal sein. Seht ihr mal wie. Dann doch einer der. Mit Pikmin noch nicht so erfahren ist. Die andere. Die schon seit dem Teil einspielen. Sich in die Mission. Die schläft am ersten Versuch. Zumindest. Ich würde aber auch sagen. Wir beenden die Folge an der Stelle. Und die andere. Beim nächsten Mal. Versuche ich die letzten drei Missionen durchzuballern. Aber. Das soll es erstmal hier reichen für heute. Ich bedanke mich für euch fürs Einschalten. Wenn euch die Folge gefallen hat. Dann gebt dem Video noch einen Daumen nach oben. Abonniert mich damit ihr keine Folge verpasst. Und ich sag dann einfach. Bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö. Euer Basokasen.